Okay, und jetzt sind wir jetzt in Zelda? Ja, ja, ist es. Okay, wir sind in Zelda. Link to the past. Didi, 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 didi. Also ich sehe den Schlüssel da zumindest schon. Was ist, er, abandoned? Let's start by waking up this character. That's what you always do in these games. Hero... Wake up... Wake up... WAKE UP! He's a sound sleeper! If I yell any louder, I might saturate my voice. WAKE UP! What was this was, was this, guess? I have toсы, had it! He's not surprised! This the voice... Bist du das, Gaia? Du hast eine ziemlich tiefe Stimme für eine Göttin. Was geht hier vor? Die Prinzessin ist in Gefahr. Entführt von dem berüchtigen Dark Lord und gefangen gehalten in Dimensionstempel. Dafür muss ich aber die zwölf heiligen Federn finden, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Und acht kitzelige Wächter erschlagen. Und 50 Sonnenfragmente finden. Was? Ich sage, wir gehen direkt in das Dimensionstempel. Wir werden es herausfinden, wenn wir da kommen. Okay? Was ist es? Die Tür ist verschlossen. Dann gehst du den Kuss. Es muss hier irgendwo sein. Ja, ja, ich sehe ihn auch. Das ist nicht der Schöpest Knife in der Drawer. Wird alle Videogame Characters stupid, dann? Warum sind Sie mich? Wo würde ich den Kuss aufbauen? Okay, ich kann nichts tun. Kann ich irgendwas anklicken? Achso. Das ist Opas Truhe. Sie war auf den Dachboden gelagert. Opas, ein Schreinerhammer. Das ist komisch. Scheint kaputt zu sein. Ist schon okay. Mein Mut und mein Will reichen aus. Okay. Hm. Hinter der Kommode? Ich komm nicht ran. Hm, okay. Okay, was müssen wir kleiner machen? Ich klicke jetzt einfach mal alles an. Warte mal, vielleicht müssen wir das kleiner machen und dann das rum. Ah ja, okay. Ich hab ihn. Der Schlüssel passt nicht ins Schloss, er ist zu groß. Unglaublich! Da ist ein Kuss, eine Tür. Das ist so einfach, wie es in der Spiel kommt. Wenn ich meine Zipwin-Application hatte, hätte das wirklich geholfen können. Sie ist offen. Grüne Landschaft. Na gut. Okay, dann machen wir halt mal einen auf Zelda. Der Weg zum Tempel wird durch diese Büsche versperrt. Das Schwert des Lebens. Die Dorfbewohner sagen, es befindet sich in einem magischen Licht. Ja, das klingt wie eine gute Idee. Okay, dann spring mal ins Loch. Das kennen wir ja. Nur jeder, der Link to the Past. What? Was passiert? Hast du nicht die Höhle gesehen? Doch, hab ich gedacht, da geht's in eine Höhle. Ich muss vorsichtiger sein. Okay, was haben wir denn im Beutel? Alter! Der läuft von alleine, ne? Ich mach das nicht. Okay, wir müssen irgendwas mit diesem Beutel machen. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ah. Oh Gott. Glück gehabt. Das Schwert ist auf der anderen Seite des Sees. Die Dorfbewohner sagen, dass es auf dem Grund des Sees einen versunkenen... Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Äh, ja, aber wäre es nicht besser, wenn ich unter Wasser atmen könnte? Oh, ich bin sicher, dass es keine Informationen hat. Okay, ja, aber wie können wir die denn bewegen? So vielleicht? Hm. Was? Woher kommt es aus? Sieht aus wie die königliche Truhe aus dem versunkenen Palast. Das Monocle, es gehört dem König des Abgrunds. Es sieht auch zerbrochen aus. Wie schade. Ich hoffe, mit dem Schwer des Lebens... Der Text geht mir ein bisschen zu schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich kann schon schnell lesen, aber das ist schon ein bisschen arg schnell. Ich kann mir das noch größer machen. Mhm. Naja. Ja, wie kommt er denn jetzt drüber? Ach so. Wenn das passiert, mich jemand geschubst. Hm. Okay, er springt nicht rüber. Oh. Okay. Das legendäre Schwert des Lebens. Es ist schön, ich hoffe, ich bin seiner würdig. Anscheinend nicht. Ach so, wir müssen ihn größer machen wahrscheinlich. Ich kann fühlen, wie sich das Schwert bewegt, noch ein bisschen und ich kann es rausziehen. Es hat sich bewegt, das Schwert hat sich bewegt. Mach ich. Abgebrochen. Ich hab's kaputt gemacht. Weißt du, was das bedeutet, Gaia? Ja. 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 Wie können wir irgendwas benutzen? Können wir irgendwie kombinieren oder so? Ah, warte mal. Danke. Ich habe ein Schwert gefunden. Danke, Ogaia, für dieses Geschenk der Götter. Danke für dieses... Für dieses... Was ist los? Wirklich? Es sieht aus, als Stammes aus einer weit, weit entfernten Galaxie. Ich werde es versuchen. Es funktioniert. Lass uns diese dämonischen Büsche stutzen, die uns den Weg versperren. Oh. Das war nicht so schlau. Er macht es auf Grunde. Es gibt keine Erklärung. Es gibt keine Erklärung. Es ist einer der Wächter der berüchtigen Dark Lords. Niemand kommt hier vorbei, Wenzling. Mein Meister muss die Prophezeiung erfüllen. Moment. Wir müssen aber den doch kitzeln, oder nicht? Schlägst du mich etwa? Weiß nicht. Ich muss nur ihn... ...ins Wasser? Hm. Oh, tut mir leid, ich bin eingenickt. Tja. Tja. Na komm! Ich habe alle Zeit der Welt. Okay. Ich auch. Okay. Ist es etwas in der Inventur, das könnte uns helfen? Es ist etwas in der Inventur, das könnte uns helfen? Es geht nicht. Aufstrich es uns für – die neue An газ schocken. Vielen Dank. Okay? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe keinen Plan. Wir können den kleiner machen und uns größer. Okay. Ich check's nicht. Wir können hier noch groß und klein machen, aber es passiert nichts. Okay. Was zieht denn, wenn wir alles klein machen? Okay. 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 Ich verstehe. Okay. Okay. I don't understand it Ach Gott, ach Gott, okay, okay Okay, alles klar Amazing, what fell down? A feather This is not time for tickling What was that noise? I must have been dreaming I must have been dreaming No, I wanted to make a smaller I wanted to make a smaller I must have been dreaming I must have been dreaming Runter holen Okay, es tut sich zumindest was Er trifft das Aber Ne Nee, nee, nee Nee, nee, nee Okay 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 Was? Ich stecke fest. Könnte mir mal jemand helfen? Das ist lächerlich. Ich habe einen Kampf zu gewinnen. Was für eine Zauberei soll das denn sein? Das Seerosenblatt wird sinken. Ich kann nicht schwimmen. Danke. Tschüss. Das passiert denjenigen, die es wagen, es mit dem Helden, mit dem legendären Schwert aufzunehmen. Das war jetzt aber schon... Da muss man schon um die Ecke ein bisschen denken. Na gut. Das ist der Eingang zum Dimensionstempel. Hier wird die Prinzessin gefangen gehalten. Doch der Durchgang wird sich nicht öffnen, solange wir nicht die zwölf heiligen Federn gefunden haben. Und die 50... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das sticht ein wenig. Hm, müssen wir sie kleiner machen? Okay, wir können die Bombe kleiner machen. Wir haben es anscheinend nicht geschafft. Ja gut, wenn es ist der Gegner nicht mehr da. Die Feder ist auch weg, ne? Also was können wir alles klein machen? Hier, können wir die Bombe klein machen. Noch irgendwas klein machen. Ach so. Na guck mal da. Der Stein hat kaum einen Kratzer. Okay, warte mal. Okay, wir müssen es erst klein machen. Und wieder groß machen. Tada! Ich würde ja gerne, aber die Tür ist versiegelt. Ich glaube, diese Schalter sind da nur für die Dekoration. Schalter? Oh ja, dieser Schalter muss wohl die Tür öffnen. Äh, es passiert nichts. Komisch. Wir müssen vielleicht eine Weile warten, bis es losgeht. Komm schon, Gaia, wir müssen eine noble Quest abschließen. Ich bin sicher, dass sie irgendwann aufgeht. Okay. Oh, shit. Ihr habt ein Geräusch gehört. Das muss die Tür sein. Na gut, wir können aber die Dinger hier klein machen, ne? Die Schlangen. Okay, also so kommen wir nicht weiter. Es ist so still. Diese Tür wird sich jeden Moment öffnen. Es ist einfach. Ja, ich dachte vielleicht, wenn die Schlange hier drauf liegt, aber... Ich möchte auch zwei. Ah, warte mal, vielleicht müssen wir es größer machen. Nichts. Ernestlich, ich mag es besser, wenn es rinnt. Hm. Okay. Das war es anscheinend nicht. Shit. Ach so, warte mal, vielleicht müssen wir uns größer machen und dann draufhüpfen. Auch nicht. Okay. 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 Also, bei mir leuchtet es, aber bei der Schlange nicht. Ist irgendwie verwirrt. Okay, jetzt war es grün. Wieso war es jetzt grün? Okay, warte mal, wir machen das groß. Das machen wir auch groß. Vielleicht die oberen noch. Alles groß machen. Das könnte es vielleicht sein. Bis zum nächsten Mal. Können wir einfach so drüber? Und dann müssen wir immer loslassen. Ich glaube, wir müssen immer loslassen. Okay, irgendwie check ich es nicht so ganz. Also wenn ich das hier groß mache, das Feuer. Und die Schlange groß. Dann wird es grün. Okay. Vielleicht muss ich ihn hier kleiner machen. Ah, okay. Ich habe die Tür geöffnet. Es hat nur ein wenig Geduld erfordert. Nein? Äh, ja. Da war noch ein Schalter. Wahrscheinlich eine Falle. Okay. Ich rieche ein betörendes Parfüm. Dieser Raum ist dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Oh, come on. A big guy like you. Besides, it's not completely dark. You can see a little bit. Okay. Also, dann haben wir noch die Sonne. A switch. A pause button. Uh oh, no, that one's mine. All right, hold still. I will light the way for you. User, can you light the way for him? Okay. Ich glaube, da könnten wir ein bisschen schneller. We will need to find a light source. Was machen wir? You did it! Fire. You're a real robust one, Krizoa, User. Unfortunately, the room doesn't look any brighter. Nah. Ja, willst du jetzt nicht laufen? Jetzt geht's doch, oder? Machen wir dich ein bisschen größer. Das Feuer ein bisschen größer. Ja. 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 Schnell sehen wir nach. Okay. Da ist auch noch eine Tür mit dem Schlüssel da oben. Oh, okay. Wahrscheinlich eine bestimmte Reihenfolge. Einfach mal. So, okay. Dann fangen wir hier mal an. Auch nicht. Okay. Dann von oben. Auch nicht. Okay. Tja. Können wir hier noch was veranstalten? Kannst du größer machen? Ach, shit. Ach so, das bleibt an. Okay. Nein. Nein! Uh. M好了. Damn you. Nein. Ah. Um, um. Um. Oh, um. Oh. Um, um. Um. Okay. Okay. Muss dafür das Feuer groß sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Gab's dafür irgendwelche Hinweise? Wenn ja, sehe ich sie nicht. Dank meiner Spezialtechnik. Ein Schalala-Lösel. Es ist ein großer glänzender Schalala-Lösel. Oh nein. Nicht der dunkle Raum. Okay, ich kann ihn nicht kleiner machen. Okay. Indeed, es ist sehr convenient für uns. Für alle von uns. Wer packt das meinen schönen Teppich zu ruinieren? Jemand, der gekommen ist, um die Prinzessin zu retten? Ich höre eine Stimme. Wer ist dieser Geist, der dich führt? Das ist Gaia, abscheulicher Dark Lord. Gaia? Nein, das ist unmöglich. Gaia ist... Russisch! Oh, okay. Ich weiß nicht, was er tun soll. Wo ist der Hammer? Wir machen erst mal kleiner. Und dann... Größer? Du bist schnellst du, wenn du motivierst. Das hätte kommen in Hande mit dem Bomb earlier. Jetzt, wie lange ist er zu gehen? In Circles? Er ist niemals zu Ende der Spiel zu Ende. Das ist das Rate. Größer, find a way zu stoppen dieses Projektil. Hm. Aua, das brennt. Shit. Können wir die Säulen größer machen? Nein. Okay. Oh. Oh, hier müssen wir größer machen. Okay. Ich schlag ihn so fest ich kann. Was muss ich tun hier mit den Spikes? Scheiße. Was muss ich mit den Spikes machen? Äh, ja. Geh doch hier rein. Echt, jetzt muss ich erst wieder das Licht hier hin machen. Okay. 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 Spikes, watch out! Oh shit, ich wollte den Boss kleiner machen. Ah, shit. Oh, geschafft, Gott sei Dank. Ich habe mein Schicksal erfüllt. Lass uns die Prinzessin bereien. Oh, danke, mein tapferer Befreier. Ich kenne dich nicht, und doch kann ich bereits eine innige Verbindung zwischen uns spüren. Prinzessin. Mysteriöser Ritter. Ich höre einen tiefen Kummer in dieser Stimme. Hast du nicht auch eine Prinzessin zu retten? Not anymore. I once knew, shall we say, a princess. Her name was Gigi. We were so happy together. Unfortunately, she suddenly disappeared from my source code. Probably because of my cursed creator. Since then, nothing has been right. Without her, my existence as a game program is meaningless. Now, do you understand why I was trying to drive you away, user? I'm just a Nantyshell. A Nant-Game. Ich habe eine Idee. Wir geben dir den Inhalt dieser legendären Truhe. Vielleicht wird dir das helfen, sie zu finden. Oh, I doubt it. Sieh mal, Gaia. Es ist... Es ist... Was ist... Hands off. I'm not your loot. I was looking for a way out in Oldust's chest. Well, there it is. At last. Mr. Glitch! Game. Get off my back once and for all. We just want to go home. Well, I don't. How can I stop you from following me? Let's see. Where is he going? What have you done? Oh, two or three small changes in the game design. The kids are gonna love it. I will leave you now. I've gotta go carry out my evil plan. What do you mean? I already told you. The plan that will let me... What's that? Where did that come from? User, close that pop-up. Come on! The whole world. We missed it again. Glitch, what have you changed in this game? You will find out soon enough. Glitch, what have you changed in this game? Glitch, what have you changed in this game? Really. Glitch, charm and love you. While you're back, you're planning in a new place. Countdown, love you, and keep going over before and over. So let's check out the beginning of this game. I'm ready?